Denn die 18-jährige Jana Kander aus Halle ist für jede Überraschung gut. Zum Leidwesen von Helena Sukhova. Die Nummer 14 der Welt wurde heute von Jana Kander mit 6 zu 0 und 6 zu 3 deklassiert. Mir hat es sehr gut gefallen, wie sie gespielt hat. Sie ist sehr sportlich, sehr beweglich, auch recht groß, was auch ein guter Vorteil ist. Und ich denke auch, dass sie eine ganz gute Zukunft hat.